Monatelang hat Comedian Oliver Pocher, 45, auf eines der größten Sportevents der Welt warten müssen – den Super Bowl. Den ließ sich der Fünffach-Papa in turbulenten Zeiten so einiges kosten. Im auffälligen Elvis-Presley-Kostüm verschaffte sich der gebürtige Hannoveraner am Sonntag Zutritt zum Allegiant Stadium, um sich den Triumph der Kansas City Chiefs um Megastar Patrick Mahomes, 28, live vor Ort anzuschauen. Dabei wusste Oli zuvor noch gar nicht, ob er überhaupt ins Stadion geht. Zu voll waren offenbar die jüngsten Wochen. Seinen Live-Besuch in Vegas hatte er sich zuvor allerdings einiges kosten lassen. Rund 10. 0-0-0-Dollar blätterte der Ex von Amira, 31, mal eben für drei Karten jeweils auf den Tisch. Für den spektakulären Megaknaller sorgte Oli allerdings erst in der Glücksspiel-Metropole. Wenige Stunden vor Kick-Off soll Oli schließlich drei Karten geordert haben und diese verschenkt haben. Unter anderem ein Kameramann, der Oli im Rahmen von TV-Dreharbeiten an der Seite von Kumpel Mola Ade Busy, 50, begleitet hatte, profitierte von der spendablen Laune des Comedians. Standesgemäß zog es den Wahlkölner im Anschluss in einen der angesagtesten Clubs auf diesem Planeten. Den Live-Club. Dort überzeugte sich Oli live und in Farbe von den künstlerischen Fähigkeiten von Star-DJ Calvin Harris, 40, Und dann auch noch Calvin Harris zum Rosenmontag. Ex von Taylor Swift und Rita Ora, schrieb er in seiner Instagram-Story. Schon am morgigen Mittwoch macht sich der Ex-Sidekick von Harald Schmidt, 66, wieder auf den Weg in die deutsche Heimat. Solo ist der Ex-Sideblick im Anschluss, 300, 2, 5, 10 Knorr eindretopltat, 6, 7, 13, 20, 30, 30, 31, 31, 32, 31, 33, 35, 21, 33, 32, 31, 48, 32, 34, 34, 35, 34, 35, 32, 35, 35, 35, 35, 35, 36, 36, 30, 31, 34, 31, уст. Vielen Dank.